normal hat das aber gerade mit der komischen Bersa hier oder wie du weißt ja aber ich hab heute noch umgezogen also ja das ist egal also ich hab das mal mit der Carbon probiert das funktioniert überhaupt nicht das kann sein ich hab das ungefähr 30 mal versucht und habe die Bersa genommen und das glaube ich im ersten mal funktioniert es feint immer noch ungefähr keine Ahnung Fälle Fahrzeuge ja vielleicht ruf ich mal bei Mordel Mordel vielleicht hat dir das ich schau mal ja ja versuchen sie später erneut also wird auch nicht scheiße ich schau mal jetzt schnell übrigens hallo Mini Kupari im Stream ja 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 hallo Mini Kupari genau das ist der Name ähm falls du jetzt in den nächsten zwei Sekunden nicht wieder weg bist ähm herzlichen Glückwunsch du hast mein Kanal gefunden du darfst dich glücklich schätzen ja 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 das ist bei Mokram so richtig dsynk um jetzt ja ja ein Gesicht ist auch dsynk ja 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 das Gesicht ist ein Unfall kreative Kunst entortete Kunst entortete Kunst genau Junotan du hast jetzt Hospiz genau Oh Gott jetzt hat drei Reifen rauskommen Schleee Komma jetzt haben Uli Kapitän Holger Oh die weiter Junot Und die hat mein Mikrofon ist ein wenig laut Wer meint? Wie geht? Meins im Stream deswegen weil es klippt nämlich und ich glaub nicht das ihr das gut auch hört wenn es klippt aber egal Ich hab ihn mal gerne holten bis hier um morgen Ich hab ihn mal morgen Ja übrigens sind Schett Junotan hat mir jetzt dann gebrochen Nehmen ihn, lass mal raus Bis Ich bin auch da offen Ich bin auch da 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 Momentan, wahrscheinlich jeder mal auf dem Server. Das kann gut sein. Ich muss erst mal meine Autos zusammen suchen jetzt. Die Post kommst du? Ja, ich wusste schon, dass ein Chatter steigt so. Oh mein Gott. Ich fange mal auf. Oh mein Gott, okay. Es ist einfach so, dass mein Computer, wenn ich das mit dem Media Player wieder gebe, dann ist das langsamer als wenn ich auf YouTube gehe. Ja, Media Player ist ja scheiße, nimm VLC, genau. Ja, das ist natürlich mein Mauer. Eben. Go to the deal. Johnny, fährst du bei mir mit oder? Kann ich aber anfangen? Ich bin schon dort, kann ich auch anfangen? Ich warte nur, wir sind ja gar nicht da. Wir kommen. Warte nur bitte. Ja, gut. Wieso bist du eigentlich schon da? Ich weiß es nicht, ich bin da gespawnt. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Mann, du bleck das bei mir so, ich ziehe heute dir Show. Zack, 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 zack. Ist doch cool. Yeah. Yeah. der von der Monter Autoschneller nicht mehr nicht mehr geht sie ausständig leckt ach so ja ja dann kannst du mir doch nicht mehr gescheit von und nimmst zu gut jede Person oder gestorben in deiner Umgebung mit die wird doch irgendwann einmal in den letzten Folgen mal in meiner Garage gewesen sein ja aber ich weiß nicht wo das Auto hinkommen hätte können weil ich nämlich extra ein Auto ausgeräumt habe damit es so ist Hallo Dein Gott 2000 2000 was ja im Stream Hallo Dein Gott Schöne das ist ein toller Name eh Jonathan nur das ist was eh das Streaming-Kurin auf Hitbox jetzt ist so da hat er ja schon zugeschaut glaube ich ja klar ja bitte bitte Dein Gott 2000 kein Problem äh fangen wir an oder ja fang zu fang zu ja ich brauch ne bisschen So. Aha. Mhm. Gute Idee. Du wärst wahrscheinlich wieder als erstes sterben. Ja, sauer. Nein. Deingott2000, was treibt dich denn in meinen Stream? Und kannst du mir dabei gleich sagen, ob meine Audiolevels oder sowas passen oder ob's manchmal lag oder so. So. Weil ich bin gerade beschäftigt, wie du sehen kannst. Aber bei Energiesparmodus Ähm, es sollte da nix explodieren, weil sonst explodiert das Kokain. Ja, okay. Und dann müssen wir die Mission nochmal machen. Das ist uns schon so oft passiert, gell, Stefan? Mhm. Mhm. Okay, das war jetzt der Scheißidee. Das sind ja nur Menschen. Kann ich mit euch spielen? Oh, der Roland macht das Fenster zu. Hahaha. Das ist aber echt schlimm. Ja, aber ernsthaft. Äh, kann ich mit euch spielen? Kann der Deingott2000 mit uns spielen? Fragezeichen. Das ist aber erst, wo er herkommt. Äh, wo kommst du denn her, Deingott2000? Äh, wo kommst du denn her, Deingott2000? Ich seh's, weil es da hätte die Frage schon gekämpft. Ja, ey. Ja, ey. Das Stream ist, geht ganz fl... Er kämpft aus Österreich, okay. Okay. Das... Okay. Naja. Fast. Hahaha. Na, na, na. Hahaha. Hahaha. Ja, also solange du... Ich hab's mir heute ein bisschen frei, weil wir haben jetzt schon viele Leute im Dings drin und jeder unterbricht jetzt mit den anderen und... Ja, stimmt. Weiß ich nicht so genau. Naja, mir kann man es ja mal versuchen, oder? Ja, mir ist gleich. Ja, also wenn du einem von uns eine Freundschaftsanfrage schickst, im Stream kannst du grad unsere Namen singen. Ähm, also... R.V.DNS11, XI01 oder Chromeway... Chrome... Chrome... Ach, so... Chromeway... Ja, oder mir, weil ich ja bloß besonders zum... Oder Wehrwolf25565. Ähm, wenn du uns eine Freundschaftsanfrage schickst, dann kannst du mit uns spielen. Sind wir mal auf dem TS-Tor? Ähm, ja, kann man auch. Kann ich auch in den TS-Tor natürlich. Das war falsch. Ich hab eh aus Streaming gemacht, oder? Ja. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen zumachen, weil bei mir alles ansteht und ich weiß nicht warum. Schleee! Obwohl ich nicht so viel aufhabe. Gerade ein so sehr komisches, äh, äh, Streaming-Video. Ja, das klang doch eh schon. Dann schau ich grad noch auf, auf, auf einer illegalen Seite einen Film an nebenbei. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Kann mal jemand in, in mein Chat die, die Teamspeaker-Adresse einschreiben? Ja, mach ich schnell. Und hat der Teamspeaker ein Passwort? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, der hat gar keinen. Achso. Ja, das war's. Ja.